Ich bin Kurt Freitag und zaubere am 20. September in der Magischen Nacht in der Möbel Meile 2019 um 19.45 Uhr bei Ingenieur Schweiger. Ich habe Ihnen mitgebracht den flachsten Würfel der Welt. Er hat vorne drei Punkte, hier sechs Punkte, auf der anderen Seite einen und hier Nummer vier. Sie werden mich fragen, wo ist zwei? Auch den habe ich da. Und fünf auf der anderen Seite. Aber mit diesen Würfeln könnten Sie Domino spielen. Aber wer spielt Domino? Lothar Dothar ist das Wichtigste. Da kann man Geld gewinnen. Aber es ist höchste Zeit, dass Sie es wissen. Heute wird gezaubert bei Ingenieur Schweiger in der Hofmüllklasse 17. Dankeschön.